Hallo meine Freunde, willkommen zum weiteren Video von Nürnboss! Willkommen zu meinem Video meine Freunde! Willkommen zum heutigen Thema man! Flair und Manuel sind haben telefoniert man! Da gab es nix, ding, ding, ding! Flair behauptet man, dass P.A. Sport Polizeischutz hat man! Er ist doch nicht so schief du Flair man! Was ist los Junge? Was ist los mit dir man? Verwechselst du da was man? Warum soll P.A. mit der Polizei zusammenarbeiten man? Er hat doch nur ein Statement zu Manu gemacht! Jetzt telefonierst du mit Manu Flissi man! Was ist los man? Was bist du denn für einer? Du hast auch vorher Beef mit Manu Elsen gehabt man! Und jetzt machst du hier einen auf, dass du irgendwie mit ihm telefonierst und ihm P.A. bist man? Was ist los? Was ist los mit dir Flissi hä? Ich hab äh, ein großes Stück auf dich gehalten man! Und was soll ich jetzt davon halten wie du bist man? Was macht man nicht? Mein Gott man! Habt ihr alle keine Ehre oder was man? Äh? We are a bus in coming man! Ich werde zum nächsten Thema meine Freunde! Hatta sucht, äh, er holt Top Anwalt man! Für sein Signing Race oder wie er heißt man! Er hat von der STK gerappt man! Habt ihr im letzten Video erfahren meine Freunde man! Er wurde richtig gerappt man! Er wurde Hubs genommen meine Freunde! Er wisst ihr mal Bescheid man! Er ist Will man! Das sind echt die Gangster man auf die Straße man! Auf die Streets man! Noch nicht so ne, so ne, so ne, so ne Schauspieler Rapper wie Sushido man! Er ist ein richtiger Race digger! Hatta bester Mann! So meine Freunde! Er ist scheiß Spucke man! Das war's noch wieder mit dem Video von Duden Boss man! Und jetzt abonnieren und liken nicht vergessen meine Freunde und ciao Mann!